Hallo zusammen, eher schlechte Neuigkeiten. Ich möchte The Walking Dead erstmal einstellen, das Let's Play erstmal abbrechen, weil irgendwie ich hab momentan keinen Spaß dran. Das liegt nicht am Spiel. Ich hab ja zwei Let's Plays von dem Spiel gesehen und fand das echt total spannend und fesselnd. Aber jetzt beim Selbstspielen und dabei auch noch kommentieren, da komme ich überhaupt nicht in die Story rein und irgendwie ist das sehr anstrengend, weil sehr viel geredet wird und ich dann immer gucken muss, dass ich in den Pausen schnell mal was kommentieren kann. Dann kann ich ja keine Spielstände anlegen, also keine Speicherstände bei dem Spiel. Das heißt, muss ich immer gucken, dass das Spiel gespeichert hat. Dann kann ich immer eine Pause einlegen beim Aufnehmen und das sind halt so Sachen, die da zusammenkommen und die mich sehr stören und deswegen hab ich sehr die Lust verloren, das aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es tut mir leid für diejenigen, die das Spiel auch toll finden und das gerne jetzt bei mir geguckt hätten. Aber ich hab schon, also ab dem zweiten oder dritten Part gemerkt, dass ich nicht so Spaß hab dran, das aufzunehmen und jetzt hatte ich auch wieder eine lange Aufnahmepause und hab ich mich jetzt wieder dran gesetzt und irgendwie, ich hab nur eine Minute gespielt und dachte, ach nee, irgendwie, es geht einfach nicht. Ja, ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass es halt, wenn man es dann, wenn man es halt schon kennt und dann auch noch kommentieren muss und so, dann, ja, ich weiß nicht, also ich kann es nicht gut und dann hab ich keinen Spaß dran. Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwas ist, was ich vielleicht mal in einem Livestream oder so vielleicht mal fortsetze oder ob ich es jetzt einfach für mich mal irgendwann weiterspiele. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist dann jetzt das, ja, erste Let's Play, das ich abbreche. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal wieder aufnehme und vielleicht doch weiterspiele, aber ich glaub's eher nicht. Ich hoffe einfach auf euer Verständnis. Schaut mal auf meinen Kanal, es gibt bestimmt irgendwas anderes, das euch vielleicht gefällt und ich werde ja auch weiterhin andere Projekte auch anfangen. Vielleicht ist dann wieder was dabei, was euch anspricht. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Danke, dass ihr die ersten zehn Folgen geschaut habt und dann hoffe ich, sehen wir uns, hören wir uns in einem meiner nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.